Das Spielfeld, auf dem sich BMW sehr erfolgreich tummelt, ist beachtlich. Der Autobauer beherrscht nicht nur die Premium-Klasse aus dem FF, sondern spielt auch in der anspruchsvollen Innovationsliga mit. Nicht zu vergessen, richtig erfolgreich sind die Münchner auch im Motorsport. Premium nach Art des Hauses ist der BMW 3er GT, der die Dynamik einer Limousine mit der Variabilität eines Tourings gekonnt kombiniert. In Format und Fassungsvermögen schlägt das Schrägheck sogar die Werte des Touring. Mit dem Hochleistungssportwagen M6 Grand Coupé macht BMW allen leistungsaffinen Fahrern ein Angebot der Extraklasse. Ein V8 sorgt hier für 560 PS und 680 Nm. M-typische Eigenschaften treffen dabei auf luxuriöses Design. Innovation und Unternehmergeist spiegelt BMWs i3-Konzept Coupé wieder. Der Stromer muss im Pendlerbetrieb nur alle zwei bis drei Tage an die Steckdose. Dazwischen läuft er 130 bis 160 km. Die Fahrgastzelle besteht aus Carbon und das Chassis weitgehend aus Aluminium. BMW, allen voran DTM-Pilot Bruno Spengler, nutzt die Genf-Bühne für die Vorstellung seines BMW M3 DTM. Mit diesen Worten präsentierten die Münchner das Fahrzeug der neuen Saison. Nach der spektakulären Rückkehr 2012 in die DTM mit drei Titel gewinnen, geht jetzt Team M-Tech mit Timo Glock und Marco Wittmann an den Start. Größter Wunsch für die kommende Saison, wieder eine Eins auf dem Fahrzeug. Die Musik von Kấn und Köln Schere Die Musik von Klaus Glocken und die Böden 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 überzogen werden sollte. Und das Ganze in Richtung von Köln und die Böden über die Böden und die Böden haben mit Timo Glocken. Vielen Dank.